Was ist das denn? Ein Rest Frikassee. Irgendwann vergiftest du dich. Totmerfe ich dich wenigstens nicht mehr. Papa! Ich habe einen kleinen Job für Sie. Ein Computerkurs für meinen Vater. Ich kann die Dinger nicht leiden. Also, klicken Sie auf Servi. Wie geht's, Papa? Unten an der Leiste ist ein Symbol. Funktioniert nicht. Und haben Sie das Fenster geöffnet? Erledigt. Funktioniert aber immer noch nicht. Ich fühle mich so allein. Seit dem Tod von Madlen. Auf der Suche nach einer dauerhaften Liebesbeziehung. Caroline. Dauphine. Doucette. Das ist ja eine Teufelsmaschine. Sie haben eine Verabredung? Sie müssen für mich hingehen. Nein, 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 nein. Nein. Kommt nicht in Frage. Wieso musste ich Synologe sein? Nur einen Abend lang. Sie hat sowieso keine Ahnung. Wan Shanghao. Ich habe es heute früh auswendig gelernt. Ich mochte sofort deine Art zu schreiben. Du bist einfach nicht so wie die anderen. Sie war meinem Charme erleben. Ist das gut gelaufen? Warum haben Sie mich erschreckt? Gleich beim ersten Treffen ab in die Kiste. Wir leben nicht mehr im 20. Jahrhundert. So war das nicht vereinbart. Ich bin soeben nach Hause gekommen und finde keinen Schlaf. Susi hat mich unsere Begegnung aufgewühlt. Sie schreiben hier ständig in meinem Namen. Und Sie vögeln in meinem Namen. Ich finde, du siehst gut aus. Guten Tag. Ich heiße Pierre. Ich sage hier die Wahrheit. Dann sehen wir, für wen sie sich entscheidet. Immerhin habe ich sie verführt. Hat sie von Liebe geredet? Nein. Heutzutage sagt man das nicht, wenn man sich kaum kennt. Ja, man schläft miteinander, dann redet man. Ich bin der only one to reach you. Hast du jemanden kennengelernt? Wie alt ist sie? 31. Du hattest recht. Ist einfach wunderbar, das Internet. Ich bin der auch.